Hey, was treibst du? Ich hab'n Schraub beim Zocken zwischendurch in seinem Stream. Das ist brutal, oder? Was? Selber spielen durst du nicht, oder was? Machen wir was aus deinem Legen. Rückzeh, fix. Das ist eine sinnlose Scheiße. Die Herren vom Balkan und Goran Pandew tatsächlich mit dem 0 zu 1.